Hi, mein Name ist Chantal. Ich mache eine Ausbildung zur Automobilkauchfrau bei der Stefan Ebert GmbH. Die Stefan Ebert GmbH gibt es seit 1989 und hat ungefähr 120 Mitarbeiter. Unser Verkaufsgebiet ist weltweit, da wir neben Mercedes-Benz PKWs und Nutzfahrzeugen auch Iveco Service Partner sind und unter dem Namen Ebert Rancher & Sales eine Riesenauswahl an Baumaschinen, Fellköpfen und Teleskopstaplern zum Miete und zum Verkauf haben. Außerdem haben wir einen eigenen Fahrzeugbau und stellen hier Tieflader, Kurzholzanhänger und Fell-LKWs her. Vorteile an der Ausbildung bei der Stefan Ebert GmbH sind das Urlaubs- und das Weihnachtsgeld und die große Weihnachtsfeuer mit allen Kollegen. Außerdem haben wir als familiärer Betrieb überall kurze Kommunikationswege. Für mich persönlich ist der größte Vorteil, dass man während der Ausbildung in mehrerer Abteilungen durchläuft, da wir so viele verschiedene Bereiche rauchen. Durch die Vielfalt in unserem Unternehmen hat man gute Zukunftschancen, da man schon in der Ausbildung in aller Abteilungen durchläuft. Dazu zählen die Disco, der Service, der Verkauf und der Einkauf, das Marketing, das Lager, die Buchhaltung und die Vermietung. Und eine Besonderheit gegenüber anderen kaufmännischen Ausbildungen ist, dass wir zwei Monate in der Werkstatt arbeiten und die Abläufe hier kennenlernen und selber ausprobieren. In unserem Betrieb ist jede Altersgruppe vorhanden, weshalb wir immer eine gute Arbeitsatmosphäre haben. Jeder hilft jedem, besonders zu unserer jungen Ausbilderin haben wir immer einen guten Draht. Die Ausbildung geht drei Jahre, kann aber auch zweieinhalb Jahre verkürzt werden. Berufsschule habe ich ein- bis zweimal die Woche und wir schreiben Abschlussprüfungen Teil 1 und Teil 2. Wenn ihr die Ausbildung starten wollt, dann solltet ihr Interesse an der Automobilbranche haben und ein kaufmännisches Verständnis mitbringen. Wenn Autos für dich mehr sind als vier Räder und ein Lenkrad, dann ist die Ausbildung genau das Richtige für dich. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017